Der Scheich im Zelt, der hält Gericht und hart wie Stein ist sein Gesicht. Vor ihm steht zitternd und bedrückt der Mann, der seine Lieblingsfrau gefickt. Und sie steifen und bedienen schon die Eier, Schleifmaschinen und sie wetzen ihre Messer, denn je schärfer, desto besser. Und der Scheich macht mit den Händen klapp, wo sind die Eier ab? Und schon steht in der runden Mitte der nächste Deliquent, ein Brite. Und der Scheich macht mit den Händen klapp und sind die Eier ab. Nun kommt der nächste, arg zerschwunden, den hat im Harem man gefunden. Der hat im Baldachin versteckt, der Lieblingsfrau die Fatz geleckt. Und sie schleifen und bedienen schon die Eier, Schleifmaschinen und sie wetzen ihre Messer, denn je schärfer, desto besser. Und der Scheich macht mit den Händen klapp, wo sind die Eier ab? Der nächste hat ohne Gewissen dem Scheich auf seinen Thron geschissen. Dann, wie sie kamen, dann, wie sie kamen, umgeregelt, Eunufen und Weiber, Schachmatz geföbelt. Und sie schleifen und bedienen schon die Eier, Schleifmaschinen und sie wetzen ihre Messer, denn je schärfer, desto besser. Und der Scheich macht mit den Händen klapp und sind die Eier ab.